Wir wollen uns an die Worte Buddhas erinnern. Es gibt vier Orte, Anand, die ein frommer Mensch voller Ehrfurcht und Hochachtung besuchen sollte. Welche vier Orte sind das? Der Ort, Anand, an dem ein frommer Mann sagen kann, hier wurde Tathagat geboren. Der Ort, Anand, an dem ein frommer Mann sagen kann, hier wurde Tathagat mit der allerhöchsten Wahrheit gesegnet. Der Ort, Anand, an dem ein frommer Mann sagen kann, hier befand sich das Königreich der Rechtschaffenheit, in dem Tathagat wandelte. Der Ort, Anand, an dem ein frommer Mann sagen kann, hier schied Tathagat von uns. Ein dahinscheiden, das nicht zurücklässt, was zu glauben übrig bleibt. Mächtige Meere Ich spüre, umspülen die Küste dieses alten Landes, das der Welt einen ihrer berühmtesten Heiligen schenkte, Gautama Buddha. Ich spüre in mir den Drang, wie laut Buddha sagte, alle heiligen Orte zu besuchen. Und während ich durch dieses riesige Land reise, erfasst mich das Gefühl, dass es in der Vergangenheit festgefohren ist. Indien, Heimat des mächtigen Himalajas im Norden, an den sich im Westen die Sanddünen Rajasthans anschließen. Ich glaube mich in eine andere Zeit und Welt versetzt. Fest verwurzelt im Schosse dieser Erde ist die Vergangenheit einer der großartigsten Kulturen unserer Erde, mit ihrer Botschaft der Liebe, des Friedens und der Brüderlichkeit, der Botschaft Gautama Buddhas. Huyin Zhang und Fa Yan, zwei faszinierende chinesische Pilger, reisten kreuz und quer durch dieses Land und hinterließen uns ihre Berichte vom Indien des Altertums. Ausführlich und sehr anschaulich schrieben sie über Bihar, seine buddhistischen Klöster und alten, ehrfurchtsgebietenden Stukten. Meine Reise führte mich zu den Überresten alter buddhistischer Städten, die von Archäologen in allen Teilen Indiens freigelegt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Städten waren einst Zentren buddhistischer Gelehrsamkeit und Kultur, wo Mönche und ihre Schüler in Klöstern lebten und die Relikte Buddhas verehrten, die in den Stuppen aufbewahrt wurden. Jeder Stein auf der Erde erzählt, wie weit und wie tief die Tiere Buddhas verbreitet wurden. Sie wurden wiederentdeckt und berichten von der Verbreitung des Buddhismus zu Tathagats Lebzeiten und nach seinem Tode. Wir wollen von ganz vorne beginnen, in Lumbini, in Nepal, dem Geburtsort des Printens Siddhartha Gautam, Sohn des Shakya-Königs Shidodan, des Königs des alten Kapila-Vastu. Auf den Überresten buddhistischer Bauwerke flattern heute Wimpel in Nähe des heiligen Beckens, in dem Maya Devi baddete, bevor sie an einem Vollmontag im Monat Vaishak im Jahre 623 v. Chr. Christus Siddhartha Gautam zur Welt brachte. Eine Ashoka-Säule steht heute dort, wo Buddha das Licht der Welt erblickt haben soll, deren obere Hälfte leider weggebrochen ist. Gläubige beten hier an Buddhas Geburtsort, andächtig und in aller Stille. An diesem Ort sind auch eine Reihe von Futivstuppen und die quadratischen Hundmauern einer klüsterlichen Einrichtung zu sehen. Ein anderes altes Bauwerk ist der Maya Devi-Tempel mit einem flachen Dach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und während der Tag zur Neige geht, beginnt sich über diese Städte eine große Ruhe zu verbreiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kapila Vastu ist nicht weit von Lumbini, in Nepal entfernt. Das Flussbett führt kein Wasser mehr. Die Ruinen, die an dieser Städte freigelegt wurden, sind Zeugen einer rumreichenden Vergangenheit. Archäologen glauben, dass dies hier der Ort des alten Kapila Vastu ist, Der Sitz der Sakyas und Gautambuddas Heimat. Bei Ausgrabungen entdeckte man eine zehn Fuß lange Mauer, eine Art Schutzmauer, die zum westlichen und östlichen Tor gehört haben könnte. An der Straße, die zur Stadt Burg führt, sind zu beiden Seiten Backsteine angehäuft. Meine Reise durch die nordindische Ebene und den Bundesstaat Uttar Pradesh führt mich nach Biprava im Distrikt Basti. Kürzliche Ausgrabungen an dieser Städte veranlassten Archäologen zu der Annahme, dass Biprava und das benachbarte Dorf Kanvaria mit seinen zahlreichen buddhistischen Funden das eigentliche Kapila Vastu gewesen sein muss. Unterstützt wird diese Annahme von Inschriften auf Siegeln und einem Blick auf die hier gefundenen Tonwagen. Kanishka, ein begeisterter Anhänger des Buddhismus, ließ eines der größten Vihars bzw. Klöster in Piprava bauen. Der Hauptstupper existiert noch. Der Ort des alten Kapila Vastu, rumreiches Zentrums unseres buddhistischen Erbes, lockte schon immer Gläubige wie Gelehrte an. Hier war es, wo Buddha die ersten 29 Jahre seines Lebens als junger, verwöhnter Prinz abseits vom banalen Alltag des einfachen Volkes, umgeben von Luxus, verbrachte. Bis er nacheinander mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert wurde, die ihn von der Sinnlosigkeit weltlicher Begehrden überzeugten. Diese Begegnungen sollten für immer sein Leben, wie auch das von Millionen Menschen in allen Teilen der Welt verändern. Im Alter von 29 Jahren verließ er als junger, verheirateter Mann und Vater eines Sohnes den Palast seines Vaters, um seine lange und unermüdliche Heißsuche für sich und die Menschheit anzutreten. An einem Vollmontag im Monat Vaisaki bzw. Mai nahm er ein Bad im Ninrajan und setzte sich unter einen Buddhi-Baum. Hier unter diesem Baum kehrte Shakyamuni Gautam dieser Welt den Rücken und ging ins Nirvana ein, fand Erlösung. An diesem heiligen Baum flattern seitdem Wimpel in einer leichten Brise. Ein Tibeter Pilger, Kamavasin, besichtigte im 13. Jahrhundert diese Städte. Er nannte diese Städte Vajrasan bzw. Diamantensamen. Das ist der höchste Ort, wo Buddha die höchste Weisheit reichte. Dies ist der Ort, an dem Buddha mit Erkenntnis gesegnet wurde. Der goldene Buddha hier begrüßt mit einem Lächeln Besucher von seiner Nische an der Wand eines Hindu-Tempels, während seine in Stein gemeißelten Fußabdrücke unterhalb des Sockels für sie einen Quell der Inspiration bilden. Dies ist der Ort, an dem die Geschichte vom Prinzen Sittata aufhört und die Buddha-Legende beginnt. Der älteste Überrest hier ist eine Promenade. Beziehungsweise Chankram, der jenen Ort, genzeichnet, an dem Buddha die dritte Woche nach seiner Erleuchtung verbrachte und wo er in Meditation vertieft, auf- und abschritt. Heute ist hier ein Sockel aus Backsteinen zu sehen, auf dem Lotusblüten dargestellt sind, die in Buddhas Fußstapfen erblüht sein sollen. Bodh Gaya ist die heiligste aller heiligen Städten des Buddhismus. Er befindet im Distript Gaya im Bundesstaat Bihar. Der Kaiser Ashok nannte diesen Ort Zambodhi. Ich verbeuge mich und richte ein andächtiges Gebet an Buddha, am heiligsten aller Buddha-Heiligtümer, im Madha-Bodhi-Tempel von Bodh Gaya. Hön-Sang schilderte für Ashok den Bau dieses Tempels. Der jetzige scheint das Ergebnis wiederholter Restaurierungen im Laufe der Jahrhunderte zu sein. Dieser Schrein hebt sich aufgrund seines ungewöhnlichen Baustils von den anderen Tempeln ab. Er hat, anstelle des mit Skulpturen verzierten Turmes, eine Spitze, die einer riesigen Glocke erinnert. Eine andere Besonderheit des Mahabodhi-Tempels sind seine vier Ecktürme. Als ich den Tempel betrat, glaubte ich mich, in Gegenwart des Tathagat, höchstpersönlich zu befinden. Es herrschte absolute Stille im Inneren dieses Heiligtums mit einem großen, heiteren, vergeudeten Buddha-Abbet in der Bhumi-Sparsch-Haltung, in der seine Hand die Erde berührt. Einer Legende zufolge soll er die Erde zur Zeugin angerufen haben für seine große Buße, der er sich unterzog, um zur Erkenntnis zu gelangen. Rund um diesen Tempel gibt es mehrere archäologische Überreste von großer Bedeutung. Zwei von ihnen stammen aus zwei unterschiedlichen Geschichtsepochen und werden in das 2. Jahrhundert vor Christus und die Gupta-Epoche relatiert. Auf dem Medaillon sind interessante Verzierungen zu sehen, insbesondere vom Lotus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ratangar ist ein kleiner, interessanter Schrein, der in unmittelbarer Nähe des Mahabudhi-Tempels steht. An diesem Ort hielt sich Buddha eine Woche lang in Meditation vertieft auf, wobei sein Körperstrahlen in fünf verschiedenen Farben ausstrahlte. Auf dem Gelände des Mahabudhi steht ein anderer Tempel, Animeshklotchan genannt, und zwar dort, wo Buddha gestanden und voller Dankbarkeit auf den Bodhi-Baum geblickt haben soll, nachdem er mit Erkenntnis gesegnet worden war. In einer Ecke ist das Bild einer Schlange zu sehen, die eine meditierende Buddha-Figur schützt. Dieser Ort nennt sich Mushkam Sarovar. Es heißt, dass sich, als Buddha meditierte, es stürmte und regnete und eine Schlange namens Mushkum schützend ihre Haube über Buddha ausgebreitet haben soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für die, die wissen, dass viele ausländische Besucher nach Bodhgaya kommen, um Buddha zu huldigen, ist diese große Glocke von dem König von Burma interessant, die einen Ehrenplatz vor dem Haupttempel erhielt. Im Laufe der Jahrhunderte ließen auch fromme Buddhisten eine Vielzahl von Motivstupten auf dem gelangene, diese Stempel spawnen. Die Heiligstätte Bodgaya ist ein großartiger Ort für fromme Menschen aus allen Teilen der Welt, die hierher kommen, um in diesem gesegneten Land zu Buddhas Füßen zu beten und meditieren. Die Heiligstätte Bodgayen Das Meditationszentrum hier ist ein heiliger Zukunftsort, wo man betet, meditiert und eins wird mit dem Gott Gotam, dem Erleuchteten. Der Heiligstätte Bodgayen Das Meditationszentrum hier ist ein heiliger Zukunftsort, wo man betet, meditiert und einspächt. Der Heiligstätte Bodgayen Das Meditationszentrum hier ist ein heiliger Zukunftsort, wo man betet, meditiert und einspächt. Fast alle buddhistischen Länder sind hier in Bodhgaya mit Tempeln und Klöstern vertreten. Den Mittelpunkt aber bildet der Mahabodhi-Tempel. Die golden lackierten Fliesen, schrägen Terrassen und mit Drachen verzierten Dächer des Thai-Tempels recken sich anmutig den Himmel und funkeln im Sonnenschein. In seinem Inneren steht eine großartige Buddha-Figur, deren lockiges Haar auf dem Kopf zu einem Knoten zusammengebunden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Buddha-Statue der Japaner ist bei weitem die größte und beeindruckendste Statue von Bodhgaya. Ein Buddha, der der Welt in all seiner Herrlichkeit eine Botschaft von Frieden, Liebe und Reinheit bringt. Eine Botschaft aus dem Land seiner Geburt. Ich fahre weiter nach Benares, Indiens älteste Stadt, nur acht Kilometer von Sarnath entfernt, einem weiteren Ort buddhistischer Kultur, der in den altindischen Schriften Dharma-Chakra-Pari-Vartan-Vihar genannt wird. Hier war es, wo Tathagat seine Predigt von den vier noblen Wahrheiten hängt. Die erste Wahrheit ist die, dass die Welt voller Kummer und Leid ist. Die zweite Wahrheit besagt, dass es weltliche Begierden sind, die dafür verantwortlich sind. Die dritte Wahrheit besagt, dass eine Bezwingung dieser Begierden von Kummer und Leid befreit und zum Zustand des Nirvana führt. Und die vierte besagt, dass man über den Pfad des Ara-Ashtangi-Marg Nirvana erlangen kann. Da in Sarnath das Jagen verboten war, erhielt es den Namen Riktar, weil sich große Rudel Rehe hier frei bewegen, die ein Geschenk des Maharajas von Benares waren, der zutiefst gerührt war von Buddhas großem Mitgefühl, Opferbereitschaft. Es ist durchaus möglich, dass es der gleiche Ort wie Murgang Gutir ist, der in einer Endschrift der späten Guta-Epoche erwähnt wird. Dieses wuchtige Bauwerk wird von einer Ansammlung buddhistischer Stuppen eingerahmt. Aus der Tempelwand ragten drei Kapellen heraus und wie von Yongzang beschrieben, wurde der Hauptschrein von einem Amalaka gekrönt und enthielt ein Buddha-Abbild in betender Haltung. Von den vielen Überresten in Sarnath ist die Ashoka-Säule der prächtigste, von der aber nur noch die Unterhälfte mit einer Hinschrift des gleichnamigen Herrschers existiert. Auf der Säule ist auch eine Hinschrift zu finden, in der sich München und Nornen gegen die Entstehung von Schismen innerhalb des buddhistischen Ordens äußern. Diese Säule erhielt zu einem späteren Zeitpunkt noch zwei weitere Inschriften. Für Ashok steht da geschrieben. Der Dharma Rajika Stupa hat eine albrunde Kuppel mit einer niedrigen Terrasse auf einem Sockel, die von einem quadratischen Geländer umgeben war. Untertitelung des ZDF, 2020 Am beeindruckendsten in Sarnath aber ist der daumenartige Stupa in der südöstlichen Ecke dieses Geländes. Es ist ein massives Bauwerk von zylindrischer Gestalt mit einem trommelartigen Sockel, dessen untere Hälfte aus kompakten Steinblöcken erbaut wurde, während für den Rest Ziegelsteine verwendet wurden. Der untere Teil dieses Bauwerks hat acht große Nischen, in denen sich ursprünglich Skulpturen befanden. Unmittelbar unter diesen Nischen zieht sich ein breites, schon gemeißeltes Band mit komplizierten geometrischen und Blütenmustern um den Stupa. Diese Verzierungen stammen aus der Gupta-Epoche und zeugen von den bemerkenswerten bildhauerischen Fertigkeiten der Gupta-Handwerker. Dieser Stupa war ursprünglich aus Lehm und Ziegelsteinen. Als man auf der Suche nach Buddha-Relikten diesen Stupa anbohrte, entdeckten Archäologen die Überreste eines noch älteren Stupas aus Lehm und Ziegel, bei dem es sich wahrscheinlich um den von Ashoka errichteten Stupa handelt, der dort stand, wo Buddha an den ersten fünf Mönchen seine erste Predigt hielt. In ihr sprach er von den grundlegenden Problemen im Leben eines Menschen und wie sie gelöst werden können. Angesichts der großen Heiligkeit von Zarnath ist dieser Ort nach wie vor eines der wichtigsten buddhistischen Zentren der Welt. In Thailand sagt man, dass Indien ein großartiges Land ist, das der Welt Buddha schenkte. Für uns ist dieses Land heilig, weil Buddha der Sohn dieses Landes ist und es eine enge Beziehung zwischen Indien und Thailand gibt und geben soll. Ganz besonders auch wegen Buddha. Wir lieben Indien und sind stolz auf es. Wir finden auch, dass es zwischen Indien und Thailand enge Freundschaft geben soll, hauptsächlich wegen Buddha. Dieser Ort ist wegen Buddha sehr berühmt. Wenn wir hierher kommen, dann kommen wir mit diesem Eindruck, dass wir hier auf spiritueller Ebene Buddha treffen werden. Wir sprechen zu ihm zu glückverheißenden Anlassen. Wir sind Studenten an der Banaras Hindu University und am jeden heiligen Tag kommen hierher, um Buddha zu beten. Ich komme aus den USA. Wenn man Buddha verstehen möchte, muss man nach Indien kommen, in das Land Buddhas. Wir kommen hierher, um zu Buddha zu beten. Ich wollte Sarnath besuchen, weil es der Ort ist, an dem Buddha seine erste Predigt hielt. Wir lieben diesen Ort nicht nur als Gebetsstätte, sondern vor allem auch wegen seines Ambientes. Und die Inder, muss ich sagen, geben sich große Mühe, diese alten Bauwerke zu erhalten und zu schützen, worüber ich mich sehr freue. In der Nähe der Ausgrabungsstätten. Durch die Bäume sind die Spitzen des Tempels von Sri Lanka zu sehen, der im Tempelbaustil dieses Landes gebaut wurde und bei Besuchern sehr beliebt ist. Es ist einer der bewerblichsten Beispiele für Sri Lankas Kunst und Baukunst. Auch die Wandgemälde sind von großer Schönheit. Sie erzählen Geschichten aus dem Leben des Datagats. Die Lehren des Buddhismus verbreiteten sich weit über Indiens Landesgrenzen hinaus. Der Ruhm dafür gebührt vor allem auch dem König Ashok, der seinen Sohn Mahandra zur Verbreitung des Buddhismus nach Sri Lanka schickte. Das wunderschöne Buddha-Abbild dieses Tempels strahlt eine große Ruhe aus. Sarnath ist für Buddhisten eine genauso heilige Städte wie auch Lumbini, Bodhgaya und Kusinaka. Diese vier Orte sind für Buddhisten aus allen Teilen der Welt von größter Bedeutung. Buddhisten aus weit entfernten Orten wie Ladakh, Sikkim, Bhutan, Tibet, Sri Lanka besuchen diese Orte, machen Spenden und umschreiten diese Stupen. Und wir glauben, dass all die schlechten Handlungen, die sich mit den Jahren im Leben eines Menschen angehäuft haben, hier ganz allmählich verschwinden und aufgegeben werden. Deshalb kommen tausende von Gläubigen hierher und besuchen auch andere Tempeln. Tempel wie den japanischen Tempel, den von Thailand und Sri Lanka, den tibetischen Tempel und andere, alle sind für uns heilig. Für uns ist Sarnath ein großartiger Ort, fast eine internationale Städte, weil Menschen aus anderen Teilen der Welt hier ihre Klöster gründeten. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin. Das Gesang im japanischen Tempel fühlt mein Herz mit Reverenz. Dieser Tempel ist einer der schönsten, den ich auf meiner Reise sah. Seine herrlichen Arbeiten und japanische Motive versetzten mich in eine andere Welt und andere Zeit. Die Japaner haben eine ganz besonders große Liebe für Indien und die Stimmung in diesem Tempel ist nur schwer in Worten zu beschreiben. Ich bin Buddhistin, gläubige Buddhistin, und mich hat Buddhas Brum und große Bedeutung hierher gebracht. Ich wollte alles einmal selbst mit eigenen Augen sehen und Buddha meine Ehrerbietung darbringen. Ich bin voller Ehrfurcht im Herzen hierher gekommen. Wegen der unterschiedlichen Kulturen sind auch japanische Gebete anders als indische Gebete. Über viele dieser Dinge gibt es auch Bücher und es ist sehr aufschlussreich, mehr darüber zu erfahren. Mehr zu erfahren über diese unterschiedlichen Kulturen. Mehr über das Land selbst zu erfahren. Und vor allem aber auch die Menschen kennenzulernen. Das sind eigentlich die Gründe, weshalb ich hierher gekommen bin. Das sind eigentlich die Gründe, weshalb ich hierher gekommen bin. Meine Reise führt mich in ein Teil, das einst Sitz des mächtigen Magad-Reiches war. Dieser verschlafene Ort, Ratschke, aber war es, wo Buddha eine seiner bedeutendsten Predigten hielt. Die ehemalige Hauptstadt der starken Magad-Kaiser. Ratschke nannte sich einst Ratschkriha, was so viel bedeutet wie Haus des Herrschers. Es war aber auch unter anderem Namen bekannt wie Basumati, Giriraj und Kusrakpur. Das heutige Dorf Ratschke steht in einem Teil des alten Ratschke, das von einem wuchtigen Erdweih umgeben war, der eine fünfeckige Gestalt und einen Umfang von fünf Kilometern hatte. Für Buddhisten ist der Gittkoth-Hügel hier eine heilige Stätte, wo Buddha die meiste Zeit beim Meditieren und im Kreise seiner Schüler verbrachte. Die kleine Buddha-Statue kentzeichnet die Stelle, wo er saß und meditierte. Hier in Gittkoth meditierte die meiste Zeit Buddha. Hier wurde der König Bodhisatt sein Schüler. In Gittkoth befinden sich mehrere Höhlen, in denen sich Buddha in der Regenzeit aufhebt. Es heißt, dass der König Bodhisatt, der von seinem Sohn Ajachatru hierher verbannt worden war, von dieser Stelle aus Buddha bei der Predigt in Gidrakut das sah. Untertitelung des ZDF, 2020 Etwa 150 Meter nördlich der modernen Moscheen und Tempel, an den Heißwasserquellen, entdeckte man die Überreste eines großen Wasserbeckens, bei dem es sich um das in Pali- und Sanskrit-Schriften erwähnte Becken in Nähe des Venuvan handelt, von dem auch in chinesischen Schriften die Rede ist. Buddhas liebster Zuflutsort, der Jivak-Van, wurde zu Füßen des Gridakuta-Hügels freigelegt. Hierauf wurde Buddha von dem Arzt Jivak gehalten, nachdem er von seinem Cousin Devdut verwundet worden war. Die Satpurni-Höhlen liegen am oberen Berghang und Siddhkund erhalten. Es heißt, dass an diesem Ort die erste Zusammenkunft des buddhistischen Rath mit 500 Mönchen stattfand, was von Pali-Schriften bestätigt wird. An einem Vollmond-Tag im Monat Oktober fanden sich buddhistische Mönche an diesem heiligen Ort ein, an dem sich heute Buddhas Relikte befinden, um hier zu beten und den Herrn zu verehren. Ein wunderschöner Stuppe auf dem Radnagiri-Hügel geht als glückverheißener Ort für buddhistische Gebetszeremonien. Der Schöner Stuppe auf dem Radnagiri-Hügel geht als glückverheißener Ort für buddhistische Gebetszeremonien. Der Schöner Stuppe auf dem Radnagiri-Hügel geht als glückverheißener Ort für buddhistische Gebetszeremonien. Der Schöner Stuppe auf dem Radnagiri-Hügel geht als glückverheißener Ort für buddhistische Gebetszeremonien. Der Schöner Stuppe auf dem Radnagiri-Hügel geht als glückverheißener Ort für buddhistische Gebetszeremonien. Schrawasthi befand sich dort, wo heute die Dörfer Sahed und Mahed im Gonda- und Baraj-Distrikt von Uttaprede stehen. Jitvan, oder das, was davon noch existiert, war einst auch ein beliebter Aufenthaltsort Buddhas, der zur Regenzeit hier weihte und eine Reihe wichtiger Predikten hielten. Einer Legende zufolge war Anand Panelika ein buddhistisches Kloster im Garten des Prinzen Scheid. Nachdem dieser ihm so viele Goldmützen gegeben hatte, wie den Boden bedeckten, schenkte er dieses Kloster Buddha. Wie an den Überresten zu erkennen ist, gehörten zu Scheidvan einst Stuppen, Klöster und Tempel. Die Stuppen werden der Kushan-Epoche zugeschrieben, während die Tempel hauptsächlich aus dem Zeitalter der Guptas stammen. Shravasti wurde berühmt nach dem Buddha hier ein Wundervollzug. Er nahm eine zweite bunt gekleidete Gestalt an, die zum höchsten Berg hinaufging. In Shravasti war es, wo Buddha den Schurken Angulimal bekehrte, der für Buddha einen Seinfeger abhackte. Für Menschen, die nach Indien kommen, um alle buddhistischen Städten zu besuchen, ist Shravasti ein wichtiger Ort. Wir sind zum Studium des Buddhismus nach Indien gekommen und um all die Orte mit eigenen Augen zu sehen, die mit Buddha im Zusammenhang stehen, wie den Ort, wo er geboren wurde. Wir wollen mehr über den Buddhismus erfahren, damit wir später all das, was wir über die Wahrheit gelernt haben, auch an andere weitergeben können. Vaischali, eine der ersten Republiken der Welt. Buddha besuchte dreimal diesen Ort und dort hielt er seine letzte Predigt. 100 Jahre nach Eragriya fand in Vaischali die zweite Zusammenkunft des buddhistischen Rates statt. Es war der Kaiser Ashoka, der in Kurva eine seiner berühmten Säulen aufstellen ließ, und zwar dort, wo Buddha sein letztes Gebetstreffen hielt. In Vaischali vollzog Buddha noch ein anderes Wunder und wurde von den Arften mit einer Schale Milch und Honig beschenkt. Die Geschichte von Vaischali wäre unvollständig, ohne Amrapali erwähnt zu haben. Von außerordentlicher Schönheit und großer Begabung soll dieser Kurtisane Buddha einen Mangohain geschenkt haben und selbst buddhistische Nonne geworden sein. Die bekannten chinesischen Reisenden, Fra Hien und Xuanzang, die Vaischali im 5. und 7. Jahrhundert vor Christus besuchten, lobten diesen Ort, der nach dem König Vishal benannt wurde, in glühenden Worten. Der Kaiser Ashoka, der ein begeisterter Buddhist war, ließ in Kurva eine wunderschöne Sandsteinsäule aufstellen. Sie kennzeichnet die Stelle, wo Buddha seine letzte Predigt lief. Diese Säule mit einem Lotus-Kapitel wird von einem Löwen gekrönt. Auch wenn sie keine Inschrift trägt, ist sie in dem für diese Säulen charakteristischen Stil gearbeitet und mit herrlichen Steinmetzarbeiten verziert. Nach Buddhas Tod ließen die Litscheris einen Stupa über ihren Teil von Buddhas Relikten errichten. Dieser Stupa aus dem 5. Jahrhundert vor Christus wurde später mit Ziegelstein vergrößert. Bei der Wiederherstellung der Höhe des Stupa entdeckte man eine Reihe von Antiquitäten. Der erstaunlichste Fund war ein Kästchen, in dem sich mit Erde vermischte Asche befand. Heute wird Vaishailis Miet von Vaishaili von einem wunderschönen Stupa in jungfräulichem Weiß beherrscht. Buddhas Relikte werden oben auf dem Stupa an der Südseite des Grünungsbexens aufbewahrt. Es bildet eine imposante Struktur. Trete herein, Ananda! Trete herein! Ananda war nach Kushinagar gekommen, um den Malhas, den Schiffern von Kushinagar, mitzuteilen, dass dieser Tag der Tag der letzten Nachtwache sein würde, an dem Tathagat aus dem Leben scheiden würde. Die Wichtigkeit Kushinagars ist also doppelt. In Kushinagar hat Buddha nicht nur seinen letzten Atemzug, sondern wurde auch eingeäschert. Ein kleines Stück von diesem Ort entfernt steht der Rama Bar Stupa, dort wo Buddhas Leichnam den Flammen übergeben wurde. Der Stupa erhebt sich auf einem Sockel. Die Überreste dieses Stupas und die Nirvana-Statue des ruhenden Buddha wurden 1876 entdeckt. Die Statue misst 6,10 Meter hoch und wurde aus einem Block Sandstein gemeißelt. Sie stellt den auf seiner rechten Seite liegenden Buddha dar, der mit dem Gesicht in westliche Richtung blickt. Sie befindet sich auf einem Sockel aus Ziegelsteinen mit steinernen Pfosten an seinen vier Ecken, die einst mit Steinplatten abgedeckt waren. Buddha Buddhas Lehren waren für die Menschen eine unversiegbare Quelle, aus der sie moralische Kraft Der Buddhismus war eine Religion, die die Menschen aufforderte, an sich selbst zu glauben, sich zu erheben, zu entfalten und Kontrolle über Geist und Körper auszuüben. Nicht weit von Buddha entfernt befinden sich inmitten der zerklüffelten Landschaft der Windiaberge die buddhistischen Barabara-Höhlen. Der Granitfelsen wirkt wie ein riesiger Schleier, der auf dem Berg droht. Aus diesem gewachsenen Gestein wurden mehrere Klosterzehen von rechteckiger Gestalt gemeißelt, mit Türen, die zu anderen dunklen Zellen führen. Diese dunklen Zellen boten den Mönchen in der Regenzeit Schutz und Unterkunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von spartanischen, in Felsen gemeißelten Klosterzellen bis zu sorgfältig entworfenen Bauwerken. Überall in Indien hatte sich die Botschaft Buddhas verbreitet. Diese Städte verdankt ihre Heiligkeit der Tatsache, dass Sariputra, Buddhas berühmter Schüler, hier geboren wurde und Nagarja, der gefeierte Mahayana-Gelehrte des 2. Jahrhunderts nach Christus, hoher Priester von Nalanda war. Aus den Reiseberichten des chinesischen Pilgers Yunzang, der Nalanda nicht nur besuchte, sondern dort auch studierte, wissen wir, dass Nalanda im 7. Jahrhundert nach Christus nicht nur eine der fantastischen Klosereinlagen besaß, sondern aus ihm auch eine in nah und fern berühmte Universität geworden war. Die Archäologischen Überreste der Gäste der gefeierten Nalanda Mahavihar, zu denen eine Vielzahl von Klöstern, Tempeln, Stuppen und anderer Bauwerke gehören, lassen ahnen, welch eine großartige Einrichtung es einst gewesen sein muss. Mehr als elf Klöster wurden von den Archäologen entdeckt, ein Zeichen der Wichtigkeit Nalandas. Musik 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 Der König Ashoka, einer der glühendsten Verehrer des Buddhismus, ließ in Sanchi diesen Stuppa und eine Ashoka-Säule errichten. Sanchi ist heute eine der größten Kostbarkeiten buddhistischer Kunst und Baukunst. Diese Stätte scheint auf den ersten Blick nichts mit Buddhas Vergangenheit zu tun zu haben. Nach den Chroniken aus Sri Lanka, Ashoka war mit der Tochter eines Kaufmanns aus Vidisha verheiratet. Sein Sohn Mahendra, der unterwegs nach Sri Lanka war, unterbrach seine Reise dort, wo heute dieses Bauwerk steht. Sanchi blieb über 1000 Jahre lang ein wichtiges buddhistisches Zentrum. Zeuge legen davon die vielen Bauwerke ab, die aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 12. Jahrhundert nach Christus stammen. Am imposantesten sind die drei Stuppen von Sanchi. Stuppa Nummer 1 aus Ziegelstein erbaut wurde als großer Stuppa berühmt. Er entstand zu Zeiten des Königs Ashoka und wurde später vergrößert. Ein Jahrhundert später wurde das massive Balustrade und vier herrliche, wunderbar gearbeitete Tore hinzugefügt. Stuppa Nummer 3 aus dem 2. Jahrhundert vor Christus ist für sein Reliquenkästchen mit den sterblichen Überresten von Sariputra und Maudgalyana berühmt, die zwei der berühmtesten Schüler Buddhas waren. Stuppa Nummer 2 aus der gleichen Zeit hat keine Tore. Dieser Schrein ist von großer Bedeutung, weil er die sterblichen Überreste von zehn buddhistischen Lehrern enthält, zu denen auch die heiligen Kashapa-Gotta und Majima gehörten, die zu Ashokas Zeiten lebten. Die Reliefs und herrlichen Toren von Sanchi zeugen vom Fortschritt, den die Bau- und Bildhauerkunst in der Zwischenzeit gemacht hatte. Am Stil und an den komplizierten Motiven ist zu erkennen, dass sie von den geschickten Elfenbeinschnitzern aus Vidisha angefertigt wurden. Die Reliefs und herrlichen Toren von Sanchi zeugen vom Fortschritt, den die Bau- und Bildhauerkunst. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Klöster von Sanchi haben alle den gleichen Grundriss, zu dem ein offener Hof aus Ziegelstein gehört, der von einer Veranda mit Klosterzellen umgeben war. All diese Klöster stammen aus der Zeit zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert nach Christus. Die Klöster von Sanchi Die Klöster von Sanchi Der wichtigste der Schreine von Sanchi ist Tempel Nummer 17 aus der Gupta-Epoche. Es ist ein kleiner, schlichter Schrein mit einem einzigen quadratischen Sanktuarium, auf dem ein flaches Dach ruht und einem Säulenportiko. Seine große Ausgewogenheit, Symmetrie und eleganten Verzierungen können sich mit den besten Exemplaren klassischer griechischer Baukunst messen. Die Klöster von Sanchi 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 Vielen Dank.